So, ja, grüß euch, ich bin's, euer Stefan, Moment, bin ich, nein, funktioniert nicht, okay, muss ich halt, ich weiß, schlechte Qualität, es ist noch relativ früh am Morgen, ich bin noch immer müde, heute habe ich, stelle hier meinen ersten Kanal her, deshalb hoffe ich, dass ich mich auch irgendwann einmal, ja, so, heute ist Matchday, SV Mattersburg gastiert heute in Ried, ich schau mir das auch an, da kommt später noch einmal ein Video, ähm, jetzt erkläre ich euch nur etwas, ja, was auf euch zukommen könnte, also Videos vorm Spiel selber mache ich nicht, ich mache nur in der Hauptsache ein Video, ein Kurzvideo, und genauso wie vorm Spiel und nach dem Spiel, das sind drei Videos, was ich heute darauf stelle, und ja, ich hoffe, ich gefalle euch, und, ja, wir sehen uns dann später.